Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von VizepieceLight, diesmal mit meiner Stimme hoffe ich. Und nicht nur mit Phil, selbst gesprächen. Hallo. Jo. Ich stalk ihn. Du findest mich nie. Vor allem, weil das ein Sackgass ist. Glaubst du? Ach man, ich hab keinen Dirt mehr. Okay, nein, lass mal jetzt weitermachen. Bau mal bitte wieder den Dirt da weg. Äh. Meine Schauvel ist fast kaputt. Oh. Egal. Hau meine Hand weg, Leer. Wir haben einen VIP-Zugucker. Meine Schwester. Lol. Willst du mal alle begrüßen? Nein. Okay, sie packt mal ins Mikrofon. Schön. Yeah. So. Ja, ich nehm auf. Ach, ich könnte mal... Nee, das war scheiß ich. Yeah, wir haben einen Stack Kupfer. Toll. Ich muss immer noch warten für Magie. Ja, wenn du den nicht magst, dann ess ich den. Ich brauch Eisen. Du brauchst es auch. Das ist, äh... Ich hab hier noch, noch einen halben Stack dran. Eins, zwei... Ja, so viel. Du nimmst dir direkt alles? Das ist... Äh... Nämlich nicht. Gut. Ich dachte schon. Ich finde das lecker. Ich finde das lecker. Hm. Ich denke, ich werde mir jetzt noch ein Solar-Panel bauen. Ach, ein Panel. Mach das. Mach das. Ja, das ist aber sehr ressourcenverbrauchend, ne? Ja, mach einfach. Refined Iron, Redstone, Kupferkarten. Wie viele brauche ich davon? Ich glaube, zwei. Haben wir denn das Refined Iron? Habe ich gegessen. Haben wir nur noch fünf Stück von. Ah. So. Was braucht man denn noch mal für einen Generator? Keine Ahnung. Okay. Eine Batterie, ein Maschinenblock und ein Fernandes. Wie macht man noch mal den Maschinenblock? Macht man den aus Eisen oder aus Refined Iron? Ich meine aus Refined Iron. Ich bin mir aber nicht sicher. Das wird nicht schlecht. Ich bin gerade so hobbylos und baue einen Fluss. Okay. Warum? Nur so. Weil ich's kann. So. So. So was Kupfer. Okay. Kupfer haben wir erstmal genug. Ich lasse das jetzt erstmal alles mit dem Brennen und so und kümmere mich erstmal um Eisen, ne? Mach das. Es dauert mir zu lange. Kann man irgendwie einen schnelleren Macerator bauen? Nein, du kannst aber Overclock irgendwas bauen. Doch, es gibt einen Rotary Macerator. Okay. Oha. Advanced Machine Block. Advanced Aloy. Carbon Plate. Ja, genau. Alles klar. Alter, was das für ein Ressourcenfresser ist hier, ne? Das gibt's gar nicht. Das gibt's gar nicht. Gibt's gar nicht. Gibt's gar nicht. Hä. Hm. Aber noch mal, ich tue nicht. Oh, das geht schon. Habem mal, ich tue nicht. Na doch. Mh, wenn du möchtest, kannst du den anderen Generator von hier haben, ne? Okay. Mh, wenn ich das zweite Solarpanel hab, dann brauch ich keinen Generator mehr. Dann hab ich ja genug Energie. Dann brauch ich mir noch ne zweite Badbox. Und dann wird das da alles drangespeichert. Nein! Was hab ich jetzt gemacht? Nein! Ich hab grad die Badbox leer gemacht. Die war voll! Hast du die abgebaut, oder wie? Nein, ich hab die leer gemacht. Ich hab aus Versehen einen Rechtsklick auf Dingens gemacht. Mit den Dingen. Ja, dann baust du die doch ab, oder nicht? Ne, irgendwie nicht. Ne. Ich versteh's auch nicht. So. Da wird jetzt Refined Iron gebrannt. Oh. Mann! Nein! Oh, ich sollte nicht so viel mit dem Ding hier rumrennen. Oh, ich sollte nicht so viel mit dem Ding hier rumrennen. Oh, ich sollte nicht so viel mit dem Ding hier rumrennen. Ah. Ja. 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 nenne ich mal highspeed ich weiß nicht warum aber ich hab's find's okay das war fern die nirgendwo auch holen brennt ihr schade dass man kein kohle das benutzen kann n jetzt muss aber ein Eintritt ihr wie lang dauert die Kürze Kündigungen vorgenommen und sechs Minuten alles klar kommst du kurz mit Herrn die Jahre sofort genommen und mehr dazu dazu kurz drauf Welcher Zucker? Der Zug. Ach so. Nico, du bist heute so motiviert. Ich bin müde. Irgendwie. Ich weiß noch nicht warum. Denn du Genie. Ach, egal. Frag deine Schwester. Ich hab dir geschrieben, irgendwann in der Nacht. Viertel nach fünf, sagt sie gerade. Ja, süße. Und dann hab ich noch Fernsehen geguckt. Dann lief Dora, dann lief Tiki die Tock und dann hab ich gesagt zu Jan, ja, lass mal Fernsehen ausmachen, weil mein Vater gleich zur Arbeit ist. Dann bin ich eingepennt und eben aufgestanden. Cool. Loh. Ja, du darfst ja nicht die Nacht durchmachen. Stimmt, nicht schön. Klapp, Nico, klapp. Das macht mich traurig. Wir hätten sonst viel mehr Let's Plays. Ja. Aber ich darf ja nicht. Ich darf ja nicht. Natürlich kriegt die das mit. Ja, aber wenn sie mich erwischen sollte, dann gibt es richtig Ärger. Und auf diesen Ärger hab ich keine Lust. Doch, natürlich. Nein. Warum mach ich gerade zwei Batterien? Weil du viel bis in zwei Batterien schon mal eine Batterie in vorausbaust. Achso, okay, ja. Ja, stimmt. Hä? Nein, ich bin noch nicht fertig. Kannst du mir noch was nachtun? Aber es schmeckt so gut. Ja, dann haben die anderen Pech gehabt. Ja, ich habe mein zweites Solarpanel fertig. Toll. Was ziehe ich euch alles ab? Ja, tschüss. Neon hat Angst, weil Dingens nie da ist, André. Dass, ähm, die im Rückstand sind. Ich sag so, nö. Ich weiß schon. Vollkommen sinnlos, finde ich. Vor allem, weil wir ja gar nicht irgendwie gegeneinander machen, ne? Ja, aber auf der einen Seite sind die dann wirklich im Rückstand. Ich kann Neon schon verstehen. Ich irgendwie nicht. Immer dieser Stein hier. So, ähm, du willst den Generator, habe ich gehört. Ja, kann ich mir gleich holen. Aua! Nein, nein, ich gehe drauf. Nö. Ich will in den Wald. Weg mit euch. Wie kann man eigentlich mehrere Bedboxes aufbauen, die dann jeweils Energie speichern? Nebeneinander verbinden. Nein, da ist noch eine Wisp. Sie will mich holen. Ich glaube, sie ist weg. Oh, fuck. Doch nicht. Aber sie ist irgendwie lieb. Du müsstest die Bedbox dann noch... Du müsstest wahrscheinlich dann das so machen, dass hier... Pass auf. Ich würde hier noch eine zweite dann hinmachen. Ja, das müsste funktionieren. So, und dann den Ausgang sozusagen nach unten lassen. Ja, das müsste funktionieren. Ja, ne. Aber vorher lasse ich die untere hier erstmal aufladen. Ja, das ist egal. Die wird eh als erstes aufgeladen. Brauchst du ne Bedbox? Echt? Ich kann alles gut gebrauchen. Ne Bedbox, ne Generator und ne... Oh, fuck. Wenn du nicht... Wenn du nicht mal wegrennen würdest, dann würdest du den... Den... Den Generator bekommen. Ich brauche auch Kabel. Achso, ja. Äh... Ich crafte mir eben neue, dann kriegst du ja alle, die ich auch noch habe. Ach ja, aber hast du zwischendurch schon mal das Gummi abgebaut? Nö. Wann denn? Wie gesagt, ich bin mit Magie und hab grad einen Fluss gebaut für meinen Zuckerrohr. Ach, Nico. Ich kann doch nicht immer das Gummi abbauen. Das ist so viel. Das ist aber deins. Ich muss den Flachs immer abbauen. Den was? Flachs. Was auch immer? Die Spinnenfäden. Moment, wie heißt dieses Abbautool nochmal? Ähm, keine Ahnung. Ich weiß nur, wie man's baut. Ah, Tree-Tap, okay. Dann guck ich mal, ob ich mir eine mechanische Tree-Tap bauen kann. Kannst du. Electric Tree-Tap, da ist sie. Wie kann man so Sachen auffüllen eigentlich? Indem du sie in den Generator legst. Ah, okay. Dann muss ich mir doch noch einen Generator bauen. Warum? Weil ich hier unten grad keinen hab. Ich hab dir mal einen gegeben. Du hattest doch zwei. Ja, den einen hab ich für eine Solarzelle gebraucht. Hm. Ähm. Hm? Was denn? Oh. Ey, die sechs Minuten gingen jetzt aber schnell um. Müssen wir jetzt verabschieden? Ja, mach du mal Verabschiedung. Okay, das war's wieder mal mit einer Folge von unserem, ähm... FTW-Light. Let's play. Let's play. Äh, äh, von... Ja, genau. Von FTW-Light. Hm. Ich würd sagen, bis zur nächsten Folge. Und ich denke, Nico wird auch noch ein Tschüss sagen, ne? Schau und bleibt crazy. Bis dann. Bis dann. こと. Untertitelung des ZDF, 2020